Ja, hilfreich. Brennt auch so schön unter Wasser. Das sieht nach besiegtem Gegner aus. Jo. Ich muss aber auch sagen, jetzt von wegen... Ich hab mir jetzt das, äh... ein paar Teile von Alice Madness Return auch bei PewDiePie angeguckt. Und ich muss sagen, der hat das, wow, richtig gut gemacht. Natürlich werde ich da nicht rankommen, aber ich gebe mein Bestes. Wow. Nein, ich hasse diese Kurven. Na? Hm. Yeah. Die Rennspieler haben es in sich. Zack. So, und wir sind durch. Juhu. Ich hab mir da die ersten Parts angeguckt und es war ziemlich witzig. Äh, ja. Gut. Das geht gerade nicht. Wow. Hilfe! Was? Hat mich gegessen? Was? Komm, lauf weg, du Lacken, solange du noch kannst. Aua, Aua, na, mach das nochmal und ich werde es zeigen. Oh, scheiße, scheiße, weg hier, nein. Nein. Kann es sein, dass ich zu wenig Zähne oder sowas gelernt habe oder so, denn ich habe mich gegen den Gegner nicht gewachsen. Und selbst mit dem Schirm kriege ich das irgendwie nicht richtig hin. Gut, jetzt geht es nicht. Äh. Nein. Hallo. Oh. Okay. Das Ding kann man scheinbar nicht blocken. Was ziemlich scheiße ist. Na, komm her. Äh. Äh. Okay. Pferdchen, mach das Ding kaputt. Und weiter geht's. Ach, das ist ein... Ich dachte, das wäre eine Truhe. Äh. Okay, das sieht nicht sehr einladend aus. Aber... Damit... Ich bekomme ein neues Rosenblatt, wenn ich das schaffe. Glaube ich zumindest. Na? Wenn ich das Ding schaffe. So. Komm runter. Ich muss nur noch hoch gehen. Und... Ich muss reinlaufen. Ich muss... Ich muss... Ups. Keine Zeit zu verlieren. Wir haben doch keine... Tut mir leid. Töte oder getöten... Töten oder... Töte oder getötet werden. Okay. Okay. Das hilft bei denen dummerweise nicht. Okay. Ja, komm ruhig her. Nee. Das willst du nicht mit mir machen. Glaub mir. Ja. Ja. Das willst du nicht mit mir machen. 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 Na? Komm, geh schon zu meinem Hütchen. Oh. Das war vielleicht schlecht. Das war vielleicht schlecht. Wow. Wie viele habe ich denn davon? Ups. Okay. Okay. Den habe ich schon. Oh. Na komm her. Komm her. Ja. Ja. Komm her. Komm her. Lauf zu ihm hin. Oh. Oh. Dann. Aua. Dann. Aua. 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 Vielleicht ist der Fernkampf doch die bessere Alternative gegen dieses Monster. da. Yo. Na? Das gefällt dir an meinem Hut nicht. Hm? Das gefällt dir an meiner Bombe nicht. Juhu. Das kann doch nicht schöner sein. Und damit würde ich sagen Habe ich eine neuen Rosen Neuen Rosen Neuen Rosenfarbe Ich spreche in Deutsch Tun ganz gut Ich weiß nicht warum Ich so sprechen tu Ähm Ja weiter geht's Äh Da muss ich runter Zack Hier haben wir noch ein paar Drohnen Oh Cool Ja Ich weiß nicht warum man Flaschen einsammeln muss Vielleicht für den Zaubertrank Bilder sagen mehr als Worte Manchmal mögen wir sie nicht Manchmal verstehen wir sie nicht Also das Ding sagt mir eindeutig das Wort Na ja Hier mag jemand entweder sehr gerne Fisch Oder macht es einfach nur zum Spaß Sieht irgendwie ekelhaft aus Also Nichts für mich Tut mir leid Tut mir leid Äh Okay dann zurück in die Halle Fast Boden Okay Ladies Und Gentlemen Willkommen zur Show Ziemlich Bezüge Schau Tschüüss Tschüß Äh Geräusche Abschüß igt Tschüß 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 E E G T G Tschüß P